Hi Leute, Kryptomarko hier. Heute sprechen wir über Altcoins, Bitcoin, Iota und vieles mehr. Ich hoffe, ihr hattet ein erholsames Wochenende. Wir haben mal wieder leider einen schwachen Start in die Woche, aber nichts besonderes, weil was CoinMarketCap anbelangt, zumindest in der Marktkapitalisierung, startet das Wochenende immer ein bisschen, also im Wochenende ist immer so ein kleiner Dump zu erkennen in der Marktkapitalisierung von Kryptowährungen jedenfalls, aber nichtsdestotrotz. Trotzdem war es sehr spannend in der letzten Zeit. Ripple hat tausend verschiedene Partnerschaften gemacht, die ich kaum aufzählen kann. Tron und EOS haben im Mainnet gelauncht. Dementsprechend war es spannend, was die Preisentwicklung von EOS anbelangt, aber natürlich auch von Tron. Wir schauen uns aber zunächst einmal Iota an. Bevor wir uns Iota anschauen, wenn dir das Video gefällt, lass ein Like und einen Kommentar da. Unter allen Leuten, die kommentieren, verlose ich ein bisschen Lightcoin, freut mich sehr und unterstützt auch meinen Kanal, darum sehr gerne mitmachen. Und Iota hat ja schon vor einer Weile angekündigt, Q vorzustellen. Was ist Q? Worum geht es da? Jetzt haben wir ein paar mehr Informationen, wobei so geheim und mysteriös war Q gar nicht. Seit 2012 gibt es im Bitcoin-Talk bereits einen Thread über Q. Also riesen Respekt an dieser Stelle an das Iota-Team, dass sie so konsequent da weiterarbeiten. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr beeindruckend und löblich. Und im Prinzip hat der liebe Dominik Schiener, der CEO von Iota, ja einige Informationen bereits hier zur Verfügung gestellt, was Qbik genau ist. Nur das Problem ist, dass ich alleine über Q ein ganzes Video machen könnte. Von dem her, ich will es ja kompakt halten, deshalb für euch eine kleine Zusammenfassung. Auf der ersten Seite von Q steht, es ist eine Möglichkeit zur sichtlichen Kommunikation mit der Außenwelt in einer vertrauenswürdigen Umgebung. Eine leistungsstarke, verteilte Cloud-Computing-Plattform für den Aufbau komplexer Internet-of-Things-Anwendungen. Eine neue Art von Smart Contracts, die Mikrozahlungen in Echtzeit sammelt, während es läuft. Und ein Belohnungssystem für Anreize zur ehrlichen Teilnahme am Tangle. Also, sehr viele spannende Dinge, die da bei Q präsentiert werden sollen. Im Grunde genommen, hier nochmal eine schöne Zusammenfassung. Unendlich skalierbar, komplett ohne Fees. Also, umsonst kann man hier Transaktionen machen. Smart Contracts implementiert. Davor, ich finde diesen Vergleich interessant. Davor, Iota ist halt Iota. Und jetzt ist es Iota plus das Beste aus Ethereum, Golem, Gridcoin und Chainlink. Wobei ich Gridcoin und Chainlink mir nicht so genau angeschaut habe. Und im Grunde genommen werden laut diesem Twitter-Post alle anderen Coins jetzt degradiert zum Status von DeadmanWalking. Also, im Grunde genommen wird jetzt hier Iota als der neue Standard gesehen. Und ich werde jetzt sehr vorsichtig sein in dem, was ich ausdrücke. Denn ich weiß, dass Iota unfassbar leidenschaftlich vor allem von deutschen Krypto-Liebhabern verteidigt wird. Zu Recht auch. Es ist ein sehr ambitioniertes und prestigeträchtiges Projekt. Und wir können stolz darauf sein, so etwas auf deutschem Boden zu haben. Aber ich als Krypto-YouTuber kann nicht einfach behaupten, das ist komplett vieles und unendlich skalierbar. Und kann sofort verschickt werden, ohne es einmal selber gesehen zu haben. So versuche ich es auch, die Transaktionen pro Sekunde zumindest eine technische Demonstration in irgendeinem ekligen DOS-Programm hier anzuschauen. Wo man wenigstens sehen kann, dass da irgendetwas im Hintergrund passiert. Dass da irgendetwas läuft. Weil einfach so behaupten, wir sind unendlich skalierbar und haben unendlich viele Transaktionen. Das kann jeder. Aber echte Beweise erbringen, das muss erstmal geschehen. Ich freue mich aber sehr darauf, das zu sehen. Sollte das der Fall sein. Wenn irgendeiner vom Iota-Team das jetzt auch sieht, kann er gerne auf mich zukommen und mir zeigen, wie gut Cubic mittlerweile funktioniert. Da bin ich für alle Kooperationen offen. Und was denkt ihr, könnte Cubic wirklich das Zeug haben, Iota zur weltweit stärksten Kryptowährung zu befördern? Das sagen ja viele. Viele, vor allem im deutschen Raum, sind große Fans von Iota und stecken sehr viele Hoffnungen auch in Iota. Allerdings wissen wir ja, dass Iota einen unfassbaren Bullrun hatte. Zur Freude von Iota, zum Leidwesen von vielen, die sehr teuer bei Iota eingestiegen sind. Ich hoffe, dass unter meinen Zuschauern nicht allzu viele da große Verluste gemacht haben bei Iota. Aber selbst wenn du bei 5 Dollar eingestiegen bist, wer weiß, vielleicht wird es noch irgendwann weiter steigen. Und wir werden alle herzlich darüber lachen können, wenn wir to the moon gehen, mit welcher Kryptowährung auch immer. Ich rede zu viel. Ich rede viel zu viel. Vitalik Buterin, der CEO von Ethereum, hat eine Rede gehalten, indem er sehr beeindruckende Sachen über die Skalierbarkeit von Ethereum von sich gegeben hat. Ich mache mal hier ein bisschen das Fenster weiter auf. Und zwar, dass es theoretisch möglich ist, Ethereum Skalierbarkeit um das 10.000-fache zu steigern. Zum einen haben wir da das sogenannte Sharding. Sharding beschreibt eine... Jetzt erkläre ich mal, was Sharding ist. Sharding hingegen beschreibt eine Bedingung der Blockchain, bei der das Netzwerk in kleinere Partitionen aufgeteilt wird, die als Shards bezeichnet werden und einen unabhängigen Transaktionsverlauf enthalten. In diesem Szenario müssten einzelne Nodes nur Transaktionen für bestimmte Shards verarbeiten, wodurch der gesamte Transaktionsdurchsatz insgesamt größer werden könnte, da ein einziger Node nicht die gesamte Arbeit erledigen müsste. Also müsste nicht permanent... Jeder Node müsste nicht permanent jede Transaktion auf der Blockchain bestätigen und wir könnten uns von 15 Transaktionen pro Sekunde auf ein 100-faches anheben. Auf Ethereum zumindest. Und dann gibt es noch eine zweite Solution, die heißt Plasma. Plasma kann als Child Chain betrachtet werden, die ganze Anwendungen mit tausenden von Benutzern mit minimaler Interaktion zwischen ihr und der Hauptkette, ja genau, Main Chain von Ethereum laufen lassen könnte. Diese Child Chain wäre jedoch auch in der Lage, eigene Child Chains zu erzeugen, die im Wesentlichen zahlreiche verzweigte Blockchains bilden, die alle mit der Hauptkette verbunden sind. Da Operationen an diesen Unterketten nicht über das gesamte Hauptnetzwerk repliziert werden müssen, können sie sich viel schneller bewegen und Transaktionsgebühren reduzieren. Das Coole an der ganzen Sache ist, dass Sharding und Plasma miteinander kombiniert werden können und somit theoretisch die Skalierbarkeit bzw. die Verarbeitungsgeschwindigkeit von Ethereum um das 10.000-fache erhöhen könnten. Und dadurch eben könnten auch ERC-20-Token wie zum Beispiel OMG um 100 Millionen mal schneller laufen. Das zumindest behauptet Vitalik Buterin. Und ob nun Ethereum oder Bitcoin, Bitcoin mit dem Lightning Network, Ethereum mit Plasma und dem Sharding. Es ist ein Fakt, dass wir aktuell keine Mainstream Adoption erreichen können, wenn man nicht mit der gleichen Effizienz arbeiten kann wie zum Beispiel Visa. Wozu wir später gleich noch kommen werden, wie viel schafft Visa? 40.000 Transaktionen pro Sekunde, teilweise in der Weihnachtssaison. Das ist mit den gerade mal zweistelligen Transaktionen pro Sekunde, die Ethereum und Bitcoin bieten, natürlich deutlich besser. Und im Grunde genommen, Vitalik Buterin hat es selber gesagt, dass aktuell Ethereum wie ein Handy aus dem Jahr 1999 läuft, also noch sehr viel Potenzial nach oben hat. Und es ist enorm wichtig für die Blockchain, für Kryptowährungen, für uns alle, dass diese Layer-2-Solutions funktionieren, dass sie die Verarbeitungsgeschwindigkeit von der Blockchain erhöhen, die Transaktionsgebühren verringern. Damit eben wirklich Bitcoin und Co. als wirklich auch zum Bezahlen benutzt werden können und nicht einfach nur zum Spekulieren. Meiner Meinung nach. Aber lasst mich auch eure Meinung in den Kommentaren wissen, für wie wichtig ihr Layer-2-Solutions bzw. Skalierungslösungen für Bitcoin und Ethereum haltet. Ich habe gesagt, wir werden es nochmal ansprechen. Visa, Kreditkartenzahlungen schlechthin ist ausgefallen. Hat für viel, viel Chaos gesorgt, Leuten teilweise peinliche Situationen eingebrockt, was aber meiner Meinung nach das Schlimmste ist. Viel schlimmer ist, small businesses losing money, you can't get through anyone at the helpline. Also, das Visa-Netzwerk ist ausgefallen und wir können natürlich ins Fäustchen lachen, da das so ein bisschen ein weiterer, wie soll ich sagen, mehr Munition im Arsenal des Blockchain-Enthusiasten ist bei der nächsten Diskussion. Haha, seit 10 Jahren läuft die Blockchain von Bitcoin ohne Probleme und Visa ist ausgefallen? Das ist natürlich ein Minuspunkt für Visa, aber wie ich es bereits gesagt habe, durch die enorme Transaktionsgeschwindigkeit kann Visa wahrscheinlich in einer Minute mehr Transaktionen machen als Bitcoin in einem ganzen Jahr. Deshalb ist das noch kein Grund zu sagen, Visa burn, Blockchain forever. Aber es zeigt einfach, dass es durchaus seine Vorteile hat, das System dezentral laufen zu lassen, weil wir da ein zentraler, weil wir sehen, was passiert, wenn bei Visa irgendetwas ausfällt und das ganze Netzwerk betroffen. Bei einem dezentralen System, wo es tausend verschiedene Knoten gibt, ist das eigentlich relativ egal. Dann, Bittrex hat eine Fiat-Paarung eingeführt, was natürlich ein riesen Vorteil ist, da muss man nicht eben den Zwischenschritt machen von Coinbase zu Bitcoin und dann von Bitcoin zu Bittrex, sondern kann das direkt über Fiat machen. Das ist natürlich ein riesen Vorteil, frage mich eigentlich, warum Bittrex das Ganze nicht schon viel früher gemacht hat, aber wenn Bittrex das Ganze macht und dann eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Bank macht, dann kann das eine Signalwirkung für andere Banken erzeugen. Die sehen, oh toll, bei Bittrex hat das Ganze erfolgreich funktioniert, lasst uns doch das Ganze auch machen. Coinbase kommt ins Schwitzen, Coinbase muss sich mehr ins Zeug legen, um Kunden ein besseres Kauferlebnis zu bieten. Mehr Geld fließt in die Kryptowährungen hinein und wir erleben sicke Gains. Warum eigentlich nicht und warum eigentlich auch nicht eine Nasdaq-Paarung von Stellar, Litecoin und Bitcoin? Nasdaq hat ja eine Partnerschaft gemacht mit Gemini, der Exchange, die von den Winkelwurst-Twins, den Jungs aus der Social Network gegründet würde und das ist für mich mal wieder auch eine herrliche Meldung. Die Nasdaq kooperiert mit Kryptowährungen, Wall Street kann sein Personal nicht mehr an der Wall Street halten. Viele wollen in Richtung Blockchain gehen und insgesamt sind das mal wieder zwei zum Schluss. Zwei super bullische Meldungen für das Ende von diesem Video, wo ich auch den Gewinner bekannt gebe vom letzten Gewinnspiel. Und fand ich echt super, die Diskussion, die wir erlebt haben. Ich hoffe, der Bildschirm ruckelt nicht, weil ich mal wieder spontan einen Tab öffne. Über das Thema, wird Gold durch Bitcoin ersetzt? Also ich fand da auf jeden Fall enorm viele von den Argumenten, die die Community da herausgebracht hat, sehr, sehr, sehr spannend. Wer da mitdiskutieren möchte, den kann ich auch herzlich dazu einladen, bei Kryptowährungen Mastermind Bitcoin Deutschland und ICO Deutschland beizutreten und dort der Diskussion beizutreten. Allerdings bei Kryptowährungen Deutschland war nicht die aktive Diskussion, sondern wo war das aktiver? Ich glaube, das war bei ICO Deutschland. Jupp. Hier sieht man auf jeden Fall, dass da einige Mitglieder miteinander diskutiert haben. An dieser Stelle schönen Gruß an ICO Deutschland und Kryptowährungen Mastermind. Meine tolle Facebook, meine tollen Facebook-Gruppen, danke, dass es euch gibt. Und Robert Sixt hat gewonnen. Bitcoin ist super und Gold auch. Und Gold auch. Und Silber ist auch nicht zu verraten. Super Kommentar, lieber Robert. Da kann ich nur sagen, lecko mio, denn deine Litecoin-Adresse fängt auch mit, mit, äh, leck an. Hahaha, was haben wir gelacht. Lieber Robert, danke für den Tag, äh, für den Kommentar. Liebe Zuschauer, danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like oder einen Kommentar da. Freut mich sehr und unterstützt meinen Kanal. Alles in diesem Video ist meine persönliche Meinung und keine Finanzberatung. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.